jo leute herzlich willkommen zurück zum simulator ich dachte ich mache doch den split schon vorher eigentlich wollte ich noch eine mikrofon aufnahme überprüfen aber ich habe gerade gesehen ja so schon wieder bei fast 20 minuten gewesen ist wie sage ich jetzt mache ich mal kein break jetzt schauen wir die neue folge und fahr die route zu ende und dann machen wir heute feierabend mit dem neuen crossway le dem man gerade auch der externe ein weiterer zählen gewusst das ist bisher gewesen ich habe gesagt obwohl er sehr teuer ist es kostet ja fast eine million habe ich mir dann nachgedacht ich gönne mir einmal eigentlich nicht wie gesagt vor 20 meter aus der halte stelle raus eigentlich mache ich das nicht und jetzt kann es mir nicht vor dem bus stehe ich liebe solche leute kannst du mal kurz die tür aufmachen natürlich ich bin so nett und macht die tür dankeschön als dankeschön stelle ich mich vor der tür stelle ich mich direkt vor dem bus damit keiner mehr rüber weiter kämpfen fängt wieder gut an die scheiß folge na ja gut ja aber schon erfolgen machen wir für die frage die heißt dann einfach ernsthaft aber alles gut bei gut so jetzt ist aber ja die vier ich brauche eine fahrkarte danke wir sind gleich beim ende schon wir sind aber gleich rund ein sonnental so ich glaube da viele leute ich habe schon wieder fast solltag ich habe eine kohle 40.000 dieser zahltag aber schöner bus kauft so einfache ich habe sie los geht wir laufen zurück oder ich habe sie mal aus und damit waren wir weiter so alles zu was so leute los wie du für tache so nichts halt das kommt schon unser weiterer so Taxi! Fahr'n wir weiter! Na gut! Da muss er mal reinsetzen, damit wir nicht allzu schnell unterwegs sind. Ich kann durchaus drauf verzichten gewinnt zu werden. ...überredet, zu einem Wunsen von Winter, der Leidenschaft zu fassen. Oh Gott! Ich war so froh, als er endlich zugestimmt hat. Na gut, wer möchte nicht mal gerne dahin, wo er... ...wo sein liebster Star wurde oder was auch immer. Oder wo seine Lieblingsserie gedreht wurde. Es sind viele tatsächlich, die das machen. Ich hab grad gesehen, dass die Appel auf Rot war. Das war ein weiterer Bus. Ja, wie gesagt, du musst die Wüste mit Wärmung wissen zu Müll. Weil... äh... ... damit kriegen wir auch ein bisschen Geld. Hab' man auf! Und hab' man aufgab ausgebaut werden. Auch schon für 6. Und wieder ein Zahltag! Ah, 13.800. Und dann noch 30.000. Ja, ja. Das kriegt ein bisschen was. Könnt ihr da noch einen Bus kaufen, ne? Ne, doch nicht. Das ist so. Nächsten. Ich dachte, wir können schon wieder neuen Bus kaufen. Äh, neuen... ...lidio Bus kaufen. Warte mal, fährst du... So, ab nach Sonnetal! Zurück! Dann fahren wir die Heimat. Dann haben wir mal Firepointe. Da hab' ich auch schon wieder 4-5 Folgen draus gemacht. Damit wir ein bisschen... ...Produktion produzieren können. ... ... ... Fahr' mal weiter! Da vorne! Mit deinem... ... mit deinem grünen Umweltschleuder hier. 10 g's auf Ware! jetzt müssen wir hier gleich links ab genau zum sonntag zum sonntag ja doch zum sonntag natürlich klar ab ins sonnetal da wird die haut schön fahl und das bier ist schal und da mögen die leute an und da tankt man nur bayeral keine ahnung entschuldigung naja auf jeden fall da geht es weiter zum pelterstraße jetzt heißt ja auch so ein teil hier so jetzt die pelterstraße dass du jetzt gehst du weiter oder fahr 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 lauf 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 ich will mich war aber hier ich halte position versteht die scheiße ich habe schon fast den zeitag ne der wind hat mein hut weg geblasen nein wenn er raus oder wieder rein der will rein da unten ja ja geil wunderbar gelöst wenn wir noch ein bisschen zeit haben gehe ich noch mal fahrgarten kontrollieren wo habe ich denn hier bitte na klar hier fahrgarten schläft ist schon vorher könnten tatsächlich einen erwischen bis es ein will ich haben hier 1 und 2 komm das kann doch nicht sein dass ich nur einen kriege hier bitte es wird dabei einer hat so weiter doch hab ja mal zwei lode fahrgarten eingestiegen sonst haben wir haft wo habe ich den facken fuß geheimnischt wo ja genau sie wollte nur dass der schlussauto sich nach vorne geheimnischt ich bin da mal rumgefahren da war nichts jetzt das spiel du hast mich das ist manchmal schlimm der fußgeleger ja da sehe ich aber da habe ich noch geguckt aber noch gar nichts so letzte halte stellen jetzt beiden halte stellen das ist jetzt noch die kompetenz school also die gesamtschule und dann haben wir noch die alte zieler erzählt ist so die rosenstraße und dann sind wir durch war ich liebe leute der hat bestimmt jetzt wieder doch das hat er bestimmt reingedrückt damit ich schreibe ich das muss gehen wie gesagt wo ich aber nicht weiß wo der war muss ich sagen aber ich vermute ich vermute ich vermute mal wieder irgendwo muss haben wir schon öfters heutiger einfach fahrgarten letzte haltestelle für diese folge ist die rosenstraße wir sind die aus der fahrwäßig ist mir aber auch scheißegal kann ja ich würde so gerne diese strafensystem ausschalten dass ich diese 20.000 kostet jedes mal ist jedes mal geld und nerven 20.000 ist wieder neu fahren wir noch eine runde glück haben können wir jetzt noch gleich zahltag dazu am ende und dann war eine äh eine neue bus aber wir gehen mal gucken ich gucke jetzt gleich wenn es auch voll ich die anhörte so gut dann haben wir es geschafft zumindest dieser erfolge rosenstraße an lau steigen als alltag oder machen wir kriegen und muss oder 39.000 wir sind fast über 90 prozent oder so vier der stelle schiff aus dem bus raus weil ich will immer kurz hier ich wollte fragen dass eigentlich nicht wusste also ich habe gar nicht mal gedacht in dem moment kommt sie zurück 98 prozent dabei drauf auf der uhr ja ich habe sie zurück dass sie mich nicht stehen ich muss jetzt erst mal wieder dass sie muss jetzt wo ich steht der wird jetzt wahrscheinlich gleich davon mpc wir werden ziemlich noch mal einen bus können dann haben wir es liebe leute für heute zumindest mal bus nummer 11 werden wir jetzt kaufen dann haben wir sogar diese aufnahme zwischen zwei brüste gekauft und das hat sich schon mal alle elektrobüsse cg hier ist elektro cg die ganze idee wir waren doch bei 80.000 hallo ich will hier rein die kaputt war aus dem bus gut dann haben wir es liebe leute für heute wir kaufen wir müssen doch bauen aber eine route auf und dann haben wir die mission abgeschlossen zumindest teil das ist eingekauft gut unterstellen und konfiguriert ist da die gute die kreuzgasse die kreuzgasse flüster weg lindnergasse die fischgründ gut warte mal da oben ist der fischgrund da geht ich da geht die eimer oben lang da geht die hier unten hin da gehen wir die auf das war damit wir ein bisschen kohle verdient so 50 minuten geht die gutes verfolgen werden ich werde die dann aber fahren auf jeden fall auch kreuzgasse gut äh änderung übernehmen jo wir haben den neuen bus selber auf die 14 setzen weißt du da drauf ach so wir haben sie gekauft gerade ja ok gut leben leute da habe ich sagen machen wir einen kleinen weg wie sitzt oder nächsten folge wieder beim bus similator 21 und dann fahrbar die route 14 und dann schauen wir mal die werden noch schlecht in zwei folgen fahren aber hinten einmal zurück und dann passt das soweit und da freue ich mich wenn ihr wieder einschalten würde hier bei busserroute 21 bei mir auf meinem kanal bis dann tschüssi und dann Bis zum nächsten Mal.